harry sagt hallo und guten tag ja einfach mal unterwegs hier im campo international mit dem fahrrad 360 grad und ihr könnt mit dabei sein ihr könnt die perspektiven wählen wie ihr wollt links rechts oben unten anhalten stehen bleiben drehen ihr könnt euch mit dem gerät bewegen oder ohne mit dem finger auf dem bildschirm oder mit der maus oder das gerät festhalten und ihr dreht euch im kreis ja die windgeräusche bitte entschuldigen aber es geht leider nicht anders wir fahren jetzt richtung strand hier im campo international club maspalomas suites und spa bereich hier ja mittlerweile ist der campo international ja nicht nur rein touristisch sondern wir haben ja viele menschen die hier fest wohnen der ein oder andere der wohnt hier in der gegend die preise sind natürlich jetzt nicht gerade günstig weil man hier nur auf einer ebene ja bauen darf und deswegen sind die preise hier etwas höher wie im playa de ingles so das ist der seiten arm vom baranto also nicht mehr auf einer ebene ja hoher Prinz ist dabei war auf der linken Seite. Hier sind viele Stühle aufgebaut. Hier an der Bühne, damit jeder auch gut sieht. So und hier ist der Poolbereich und hier ist auch richtig was los, ihr könnt da ein bisschen reinschauen. So, wegen der hohen Datenmengen werde ich diesen Ausflug in mehrere Reihen gefeilen und gestalten immer so etwa 5 Minuten. Das war jetzt dann der Teil 1. Hier bis zum Waspalomas Resort Sweet & Vias. Dann verabschiede ich mich mal und sage bis zum nächsten Teil hier in Waspalomas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.